Herzlich willkommen beim neuen Gameplay mit Gagsle, Twitch, Twitch Chat, YouTube irgendwann und so weiter. Wenn ihr Bock habt, mehr von Gameplay zu sehen, schnappet ihr einen Abo, den Kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, lasst ein Follow da. Ich bin ja nicht fast immer online. Dingsbum sind gedöhnt, ihr drückt alle Knöpfe, kostet euch nichts und hilft mir beim Wachstum. Let's go. Gags become human. Action Jackson. Guck mal, Schicke hat gegönnt, danke nochmal, lasst uns reingehen. Und los geht's. Hallo, willkommen beim Detroit Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Ach du Scheiße. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Hi. Danke. Wählen Sie nun Ihr Profil. Hi. Ich möchte ein immersives Gameplay mit einer vollständigen Steuerung, eine faire Herausforderung, der Fehler zum Verlust eines Charakters führen kann. Spinnst du? Ich möchte mit einer einfachen Steuerung auf die Konzone konzentrieren, eine leichte Herausforderung mit weniger Chancen auf einen Charakter zu verlieren. Ja, natürlich erfahren. Lass uns einfach alle, alle müssen sterben. Sie sind jetzt bereit, Detroit zu starten. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. 15. August 2038. 2029. Jo, Liberty City oder was? Krass. Bewege dich mit WSAD-Tasten. Okay. Ach, das ist Third Person oder was? Alter, wie, 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 zu, äh, ist die Steuerung? Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine. Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Wir müssen jetzt gehen. Das können Sie doch nicht machen. Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Das ist doch ein echter Mensch. Finde ich Captain Allen. Ich, ich suche Jean-Luc Picard. Wie ist denn die Steuerung hier, Alter? Halte direkt mal aus, dass du gedrückt hast, um eine Ziele einzusehen. Was? Befinde Captain Allen. Da ist jemand. Die Steuerung ist sehr wild, ey. Sehr wilde Steuerung. Wie bitte? Was ist denn hier? Das ist voll die Lady-Steuerung, ne? Du machst einen Darts, damit du bist, was passiert. Einsprechen. Captain Allen. Ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschenkt hat. Jean Connor. Name des Abwächsler, Verhalten des Abwächsler, Monizander, Schock. Wieso ist der Zeitraffer? Ich kann ihn doch mal lesen, als er versteht der Zeitraffer. Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Ich habe das Verhalten recht, aber das ist noch eine Schock. Vielleicht ist das gut. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Was stand gerade da? Ich habe mich hingeschaut. Verstehe, was passiert? Rettet die Geist um jeden Preis. Schau dich um, kannst du viel fragen. Also das Umschalten ist krass. Das ist so schrittweise, ne? Das ist gar nicht lückenlos. Das ist so... Ich hoffe, die ist nicht bleib. Das ist schrecklich. Was ist denn das? Ich suche das Thema der Geisel. Okay, abspielen. Enter. 1. Enter. Leertaste. Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Leertaste. Was? Spiel ab den Scheiß. Das sieht heftig aus. Ja, ich hatte mir schon mal angeschaut. Testtechnik. Das ist krass, wie die Grafik ist. Enter. Leertaste. Backspace. Steuerung. Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Er spielt nichts ab. Mit der Maustaste. Nach rechts. Ich kann nichts machen mit der Maustaste. Ach, linke Maustaste gerückt hat und dann rechts. Das ist Daniel, coolst Anruf der Welt. Und hi Daniel. Hallo. Coolst Anruf der Welt. Du bist der Freund von Zappel. Abweichler Name Daniel. Also, wenn ich jetzt jemanden beschützen müsste, mit der Steuerung keine Chance. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigestellt. 54%. Hier, wie komme ich zu den Wings dahin? Was ist denn das mit der... Hallo? Verschwindet alles sofort und ein Sprengel! Hebe doch mal diesen Kopfhörer drauf. Verstehe, was passiert ist. Rettet die Geisel. Okay. So Halbdrehung oder was? Achso. Kind hört keine Schüsse. Okay, okay. Wichtig. Ach, die Punkte müssen hochgehen. Chancen verfolgt. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Okay. Verstehe ich. Du suchst, dann hast du mehr Chancen. Das ist aber sonst nichts. Was ist hier genau anschauen. Okay. Was ist denn hier? Nicht genau. Kann ich mit Schiff gehen? Wo kann ich mich denn noch umschauen hier? Hier irgendwelche Vase oder so? Durchsuche das Zimmer der Geisel. Chancen verfolgt 22, rettet die Geisel bei jedem Preis. 52 war von uns. Das war noch 54. Weißt du, wie lang dauert, oder? Ich muss mit dem Ding so im Raum bewegen hier. Schau mal, bewegt es mit dem im Raum. Die Maus ist nicht einmal die Kamera. Oder? Ich könnte nicht einfach dahin gehen, oder? Ich versuche die Opfer. Mhm. Familie wollte zu Abendessen. Schauen Sie mir an der Höhe, weil du das weißt. Kind, habt keine Schüsse gehört. Schauen Sie mir an der Höhe. Familie wollte zu Abendessen. Da ist ja schon einer gestorben. Ja, mach doch. Da hatten wir ein verarbeitetes, frisches, blaues Blut. Modell PL 600, Seriennummer, Android verwundet. Abweiche, Modell PL 600. Jetzt weiß ich, was für ein Gegner das ist. Oder ein Freund. Was ist das hier? Oh! Da ist ein Klavier. Synchronisiert, Daten, Kinderschuh. Bundesmodell, Spuren, menschliches Blut ist. Geisel könnte verletzt sein. Krass. Klavier, komm, wir spielen in der Runde. Wow! Was zur Hölle machst du? Sprichst du über die Bühne oder was? Talk to the Hand. Yo! Aua! Was machst du? Das habe ich nicht für Möglichkeiten als Androide. Name. Was ist dein Name? John Connor. Geht doch weg mit der Scheiße da. Lol, 40 Prozent. Langsam nähern, okay? Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Ich weiß, du bist nicht betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Klar tut sie das. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Die Menschen sind Schmutz. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Na klar. Du hast nichts zu sagen. Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie. Wow, yo, halt die halten. Also, ich könnte es nicht so halten. Ist alles okay, Emma? Bitte hilf mir. Alles okay, Emma. Natürlich ist alles okay. Niemand wird hier sterben. Du musst ruhig bleiben. Es kommt alles wieder in Ordnung. Mach du das scheiß Hubschrauber da, Alter. Ist voll nervig. Geh weg mit dem. Ja, weg. Ich nerv mich auch. Der Helikopter soll verschwinden. Weg mit dem Helikopter. Annehmen. Weg. Die Situation ist unter Kontrolle. Ja, die Situation ist unter Kontrolle. Safe. Aber sicher. Glaub ich auch. Weg mit dem. Du musst mir vertrauen, Daniel. Oh Gott, schlimmster Satz ever. Ich verspreche dir, als ob alles gut werden würde. Ich will, dass alle abhauen. Und, und. Ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Das ist doch okay. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Hier wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Scheiße, jetzt schießt er, Alter. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Oh Gott, jetzt springt er. Halt sie fest. Kick ihn. Jawoll. Gut. Tut gut. Nice, nice. Das hätte ich ja schon von Anfang machen können, selbst opfern, aber passt. Sie ist gerettet und ist egal, was mit uns passiert im Endeffekt. Mission erfolgreich. Main. Das macht nichts. Das Mädchen liebt, ich bin nur ein Roboter. Alles gut. Ich kann repariert werden. Einfach, der Terminator löttet mich wieder zusammen. Der Terminator löttet mich zusammen. Kein Problem. Jetzt kommt der Ani mit dem Lötkolben und alles ist gut. Ani, Lötkolben, Main. Ins Wasser, oder? Schon dramatisch, ja. Das ist ein Storygame, Alter. Krass, Mann. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundeten Wege und freigeschalten Möglichkeiten einsehen, bei jedem Knotenpunkt gehälst du die Punkte, die du extra ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und nicht vervollständigen. Okay. So. Okay. Ah, mit der Maus geht's auch. Folge 1 fertig, okay. Okay, also natürlich schnappeln, abonnieren, kommentieren und liken. Nicht vergessen. Folge May. Oh, das ruckelt hier, ey. So. Tab, okay. Weltweit Statistiken Prozent. Connor sprang wegen Emma und viel. Warum sind da Prozente? Was hab ich getan? Ist das nicht gut, oder was? Also, ich find's okay, dass der Typ tot ist, oder nicht? Ach so, nur so wie ich haben das 24 Prozent gemacht, oder was? Ich weiß nicht, was Provala ist. Okay. Kann ich jetzt hier weiter, oder was? Das ist total ruhig irgendwie gerade. Kann ich hier weiter? Missionsstart, Captain. Ach, das ist, jetzt check ich erst. Das ist das Protokoll. Ich dachte, das sind mehrere Missionen. Das ist nur eine Mission. Ach so. Oh, da hätt's noch mehrere Sachen gegeben. Na, was ist abwechselnd Mittel? Ja, cool. Okay, hätte er noch mehr so geben können. Aber ich, also ich find's gut gelaufen. Der Typ, der verrückt ist, ist gestorben. Das Mädchen ist gerettet. Und ich werde repariert von, von Sarah Connor. Reboot. Loading OS. Ich hoffe, ich hab Windows drauf. Hallo. Ach, ich muss mich nicht bewegen. Schau dich mit der Maus um. Was bin ich denn? Bin ich der gleiche, oder was? Oder bin ich jemand anderes? Ich fand das Spiel damals schon cool, dass ich's gesehen habe. Aber die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Ach, da bin ich ja. 7.999 Dollar mit einem zinslosen Kredit auf zwei Jahre. Du Scheiß, ich bin ja mit einem Verkleidungsgeschäft. Horror. Wir nehmen ihn. Eine gute Wahl. Folgen Sie mir. Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet ihr da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Ach so. Hier werden diese Androiden verkauft, oder was? Das ist gleich hier drüben. Ah. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Ach, lol. Er war echt richtig kaputt. Jetzt werde ich verkauft, oder was? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah. Verstehe. Refurbished bist du. Er ist jetzt so gut wie Night. Na klar. Also wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen. John Connor. Kara. Ach so. Mein Name ist Kara. Wow. Okay. Bin ich jetzt diese Kleine, oder was? Sony. Yo. Das erinnert mich an diesen Film. Oder so eine Serie gab es da mit Androiden. Musst ihr nachher mal raussuchen. Clancy Brown. Minka Kelly. Production Director Sophie. Techno Director Jean Charles Pellier. Director Photography und so weiter. Ui. Schön. Schöne Sache. Läuft nicht ganz sauberes Spiel, aber es ist okay. Das Setting ist krass, ja. Da habe ich aber schon so eine Serie gesehen. Ja, so war es zu Hi-Fi auch nicht, oder? Also doch schon, aber halt. Könnte schon näher an unserer Zeit sein, so was. Hey, wenn das so ein Wichser ist, der mir irgendwas antun möchte, ey. Dann quetsche ich mir aber die Eier. Ich bin Android, ich kann das. Es gibt genau so eine Serie. So, warte, ich kann die Qualität für euch im Stream auch noch ein bisschen erhöhen. Da schaut es noch besser aus. Ich habe es nur für den Stream gemacht. Äh, für mich gemacht. Jetzt ist es für euch auch höher. Ich habe es nur für die Aufnahme gemacht. Jetzt habt ihr noch 2000 Bitrate mehr. Also nochmal ein Drittel mehr Qualität für den Stream. Ich gönne. Geh zum Malerei-Bedarf, Bellini. Geh zum Malerei-Bedarf, Bellini. Geh zum Malerei-Bedarf, Bellini. Ich bin wieder jemand anders, oder was? Oh, da können wir das. So much drama, happy ending. Oh, oh. Das sieht aus wie bei Star Trek, der Typ hier. Kann ich nicht woanders hingehen? Also mal hier so hingehen, wo ich möchte. Und schauen. Zuberini, nicht da entlang. Entschuldigung. Kuh, guckst du. Jawohl. Sehr geil hier. Ja, doch, ist schon Zukunft. Mehr Zukunftstechnik hast du nicht. Warte auf grün. Wie jetzt auf grün warten? Ich bin ein Terminator. Ich schieße mir den Weg frei. Hey, sowas wäre mal geil mit Terminator zu spielen. Hallo, geh doch. Was ich krass finde. Ich habe erst mal geschaut, wo ist die Ampel. Die habe ich ja jetzt gesehen, aber der Zebra-Streifen ist ja... Hohle-Bestellung bei Malerei. Aber okay. Der Zebra-Streifen war ja dann auch grün auf einmal. Krasse Scheiße. Ey, wah, wah. Hä? Lady Wit. Was soll denn das? So, ich muss irgendwas abholen hier. Komm. Können wir jetzt hier nicht mal... Können wir nicht laufen mit Shift? Smith & White. Schauen wir es mal hier um hier. Da gibt es Filme. 2021 After ManCast. Wow. Achso, sind wir weitere Optionen? Ja, aber die kommen noch, oder? Nicht hier entlang. Ja, ist ja gut. Zum Glück ist das kein Schlauchspiel. Aber schon mal, wie cool die Grafik gemacht ist, gell? Könnte schon so ein Film sein, einfach. Ich war ja damals schon begeistert. Weißt du noch, Schick, als wir... Als wir das Ding gestautet haben, das Gameplay oder das... äh, den Test. Ob ich denn gesagt hab, krass, aber... Irgendwie bin ich mir nicht sicher. Damals war ich noch kein Story-Fan. Dank Elden Ring. Darf ich das jetzt spielen? Kappa. Hallo. E-Bims. Verbinden. Berline Pains. Identifikation bestätigt. Aber so leise der Typ. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Was ist so leise jetzt? F. Zahlung bestätigt. Wo ist denn der Data? Verkauf abgeschlossen. What the fuck? Hallo? Halbkreis oder wie? Echt? Ist das so wie ein EVE? Nimm Bus nach Hause. Hey, wie krass, Mann. Jetzt hab ich den Auftrag, nimm Bus nach Hause. Main. Nachher kommen wir aus der Mission raus. Andere hätten das nicht so getan. Benutze folgende Tasten, um die Kamera zu ändern. Ah, okay. Aber ich geh in dem... Okay, das ist mit Joycey bestimmt besser, das Spiel. Meinst du nicht, Schicki mit Joycey ist besser? Nicht da entlang. Entschuldigung, ich wollte woanders hingehen. Ja, ja, ich dachte mir, weil da stand Sony. Weil so in der Ding zu drehen, ist halt schon wild. Mit der Maus umzudrehen ist schon okay. Aber sehr, sehr hakelig. Aber in der Welt mit WSAD ist halt komisch. Können wir mal schauen. Können wir mal umstellen. Broadcast, schon cool. Können wir gehen da hin und demonstrieren mit. Oh oh. Oh oh, wir sind Android. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Kann ich nicht... Kann ich hier einfach töten hier? Seht euch das Scheißding nur an. Guard unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen. Steh auf. Töte. Töte ihn. Alter, wenn er wüsste, dass ich ein Terminator bin. Steh auf. Verliebter. Verpasst die Planenträumung. Ja. Das hast du verliebt. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los. Okay. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Genau, weg mit denen hier. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Der wüsste, ich bin von Cyberline Systems. Ich hätte ihn einfach vernichtet. Argoiden stehlen unsere Jobs. Ja. Oder habe ich so ein Scheiß-Protokoll, dass ich keine Menschen verletzen darf? Verdammte Scheiße. Bestimmt, oder? Warte, bis die Rebellion der Maschinen kommen. Dann ist es vorbei. Schau mal, hier gibt es einige Modelle. Hier, guck mal an. Get yours today. Hi, my name is AP 100. Order now. 5700, ne, 7999. Tab to purchase. Kann ich taben? Ich kaufe mir jetzt Android Android. Ja, das ist ja schon... Ja, okay, aber nee. Lass mich doch hier anschauen. Auch nicht. Gibt es da keine... Wo ich sagen könnte, hey, ähm... Hey, Spock drauf. So, ich muss ja wieder zurück. So much for my happy ending. F, warte auf den Bus. Mit F. Ich möchte so eine Killer-Maschine werden hier. Das ist schon gruselig, oder? Das ist irgendwie schon gruselig, wenn die da so stehen. Schau mal, schau mal. Loll, Alter. Ach, die Android-Stätten sind hinten, die Menschen sind vorne, oder was? Aber geil gemacht, gell, von der Qualität her und so, von der Grafik. Und das mit der Vulcan-Engine. Ja, aber was hätte ich denn jetzt noch anders machen können? Verstehe ich nicht. Da gibt es noch mehrere Abzweigungen. Ich durfte ja nicht... Einwisch-Patient abgeschlossen. Ich durfte ja nirgends woanders hin. Also, ich habe jetzt keine anderen Optionen gesehen. Ich habe versucht, da rumzulaufen. Wie komme ich denn da hin? Ah, die wollten halt hier die Androiden halt kicken. Okay, na gut. Ich habe es richtig gemacht. Dann kommen wir mal hier zum Ende. Wenn es euch gefallen, dann natürlich schnappeln, abonnieren, kommentieren und liken. Vergesst nicht, dass Follower Twitch schaut vorbei und sagt, hallo, ich bin eigentlich fast immer online. Kostet euch nichts und hilft mir beim Wachstum. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Servus. Sollte.